Weiter geht es mit dem Erfolg bzw. mit der Trophäe Kneipenschlägerei von The Evil Within und um diesen Erfolg bzw. diese Trophäe zu halten, müsst ihr einen Gegner mit einer Schleichttötung ausschalten, nachdem ihr den mit einer Flasche getroffen habt. Genau, also ich bin gerade im zweiten Kapitel, ihr könnt es eigentlich überall machen, wo ihr Gegner findet mit einer Flasche, aber ich bin jetzt im zweiten Kapitel. Einfach, wenn ihr einmal durch seid, neues Spiel plus oder so, einfach Mission wiederholen oder halt irgendeinen anderen Speicherpunkt laden. Auf jeden Fall, spielt so, bis ihr hier diesen Gegner hier findet, da ist links eine Flasche, hebt die auf und jo, schleicht euch von hinten an den Rand, zielt auf den Kopf mit der Flasche, geduckt. Ihr seht, jetzt könnte ich schon beseitigen, aber erst muss ich die Flasche werfen, werfe und gleich danach töten. Wenn ich zu lange gewartet hätte, hätte es sich umgedreht und ich hätte ihn aber beseitigen können. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, bis zum nächsten Mal, ciao!